Periodmundus und herzlich willkommen zurück zu Ein Veteran kehrt zurück. Ja, zu viel zurück in einem Satz ist auch nicht gut. Ja und wie versprochen, heute ist immer noch Donnerwoch, derselbe Tag, an dem die Folge wahrscheinlich erst um irgendwann gegen neun released wurde. Denn es ist jetzt sieben Uhr abends und mein Upload dauert immer noch zwei Stunden. Yay. Ein Hoch auf die Telekom. Aber das soll uns nicht stören, wir nehmen trotzdem weiter auf. Und, hmm, nimm, 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 nimm. Was nehmen wir denn heute Abend mal? Hmm, Abschluss bestätigt, Herrschaft gejagt. Bringen Sie Abwurfzonen für bessere ihre Gewalt. Hmm, das haben wir noch nicht gespielt, machen wir das doch mal. Schauen, was dabei rumkommt. Oh, zumindest mal eine Karte, die wir schon kennen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Hm, 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 ist stapelbar. Sie verlieren also keine Abschlussregion, wenn Sie Ihre Ausrüstung wechseln. Ah, als ob wir das nicht schon gewusst hätten. Aber, hey, war ja in den Vorgängerteilen. Oh, nicht in allen. Nicht in allen. Ach, du armes Elend, du ahnst es nicht. Mit der Grach? Junge. Wurfmesser? Ist nicht dein Ernst? Oh Gott. Äh, ich werde in diesem Spielmodus sowas von, äh, ja, Standardausrüstung. Ja, wir arbeiten daran. Oh Gott. Oh Gott. Uh. Uh. Dann wollen wir doch mal direkt die nächste Karte tun. Nein! Ah, verdammt, da hat schon einer ne Pumpe. Noohohohoho. Das wird ja jetzt lustig. Nein! Von hinten. Drecksau. Wo muss die Küsse? Was hast du dir gedacht, Alter? Nein! Verdammt! Das war ja ein ekelhaftes Visier für die Waffe. Nein! Hu, hu, hu! Das hab ich noch nie geschafft Ich hab noch nie einen mit dem Messer geworfen Das war jetzt gerade mal Sehr schön Alter Schede Huch Guck her Verdammt Merde 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 Ja super Random Waffe Random Waffe Raketenwerfer Ich bin sowas von begeistert Nicht Soll ich damit anfangen? Vollding Zwei Schuss Juhu Nein Verdammt Aber hey Ich hab einen mit dem Raketenwerfer gekriegt Juhu Was ist das denn? Das Ding ist ja geil Leck mich am Arsch Geiles Gerät Das ist ja ein geiles Teil Genial Nein Aber auf Distanz absolut nichts zu gebrauchen Aber Spaß macht das Ding auf jeden Fall Hallo Was war das denn? Ihr habt das genau gesehen Ich hab vor dem Bängel gestanden Ja das ist mir schon schmerzhaft bewusst Dass wir verlieren Ach verdammt Da war das Messer nicht schnell genug draußen Aber hallo Wieso konnte ich den denn nicht tot Das war ja Oh ja Daabras Ja Befürchtet Wie интерес Das habe ich ja eigentlich so eine Einschusskniffte. Sieht stark danach aus. Alter, legt mir die Tasche. Das ist ja mal. Ah. Ich muss es wieder laden. Schade. Ja. Das macht aber auf jeden Fall Spaß. Ja, und ich gönne mir nebenbei ein isotonisches Kaltgetränk. Da machen wir doch direkt noch eine Runde hinterher. Das sollte doch für heute auf jeden Fall... Sovereign Overlord. Sovereign Overlord. Weil sie sich speziell für die Scharfschützenaktion endlich mal Gedanken mit Line of Sight. Also mit dem, was man sieht, wenn man mit einer Waffe irgendwo liegt. Schließen Sie die Lücke zwischen Infanterie und Scharfschützen mit einem... Dem, ja? Ja, Standardausrüstung, was anders geht hier nicht. Was? Eine Magnum? Ach. Eie, heie, ja. Findet Waffenvorräte, damit wir im Vorteil sind. Ja, pff. Klar, jetzt habe ich auch nur noch einen Trommelrevolver. Was geht? Nein! Oh! Ich habe ja doch genau die Kugel in den... Ne, ich will es jetzt nicht sagen, aber... Noch tiefer hätte die Knifte nicht drinstecken können. Okay. Juhu! Nein! Alter! Das gibt's doch nicht! Macht der mich mit dem Revolver platt? Nein! Alter, jetzt ist es aber hier... Hab da, hab da, hab da, hab da, hab da, hab da... Hab da, hab da, hab da, hab da, Toastbrot. Na, komm hier. Äh, damit mal lang. Nein! Oh, haben sie sich da umdraufwillig, die Schweinebriester. Oh, hä. Bis sie dann drankommen. Ja. Äh. Je. Wow, verdammt! Alter, scheiße! Man soll doch aufpassen, was man tut. Na, klar. Sicher da doch. So, guck mal, schick die Ghost-Maske... Die... Schick die Ghost-Maske gesehen. Meine Herren, was ist denn los? Was ist das denn für ein Ding? Ach, du Scheiße! Oh Gott. Ja, random Waffen. Äh. Hat man gesehen. Nein! Äh. Oh ja. Es macht auf jeden Fall Spaß. Glittermodus. Gefällt mir. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie bekomme ich immer nur Grützwaffen und die anderen die guten. Kann ja wohl nicht wahr sein, kann ja Jever kommen. Verdammt, hä? Wie? Achso, ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass die Wände aus Papier sind. Ach du armes Seelen. Fachkartengeballer. Also mein Lieblingsmodi wird das auf jeden Fall nicht, aber er macht Spaß. Ach Gott, das Ding wieder. Na Halleluja. Nein, nein. Was zum Teufel? Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Hm? Region-Hacker? Hab ich irgendwas verpasst? Naja, egal. Okay, äh, wir haben wieder unsere zwei Runden rum. Mal komm. Robbel dich, die Katz. Jawohl. Alles klar, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Karpelock dem Tempusugeet Memento Mori. Ich bedanke mich fürs Einschalten und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.